ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Oktober. Wo ist eigentlich 3PO? Hey! Hierher! Hierher! Sie sind mir nur in diese jammervolle Situation geraten. Ich bin so voller Staub, dass ich mich kaum bewegen kann. Komm, wir müssen durchhalten. Wir hatten doch noch große Pläne. Wovon redest du? Was für Pläne? Na, wir wollten doch zur Elbenwald-Eröffnung in Aachen. Schon vergessen? Selbstverständlich nicht, Sir. Warum ich für dich meine Existenz aufs Spiel setze, geht über mein Fassungsvermögen. Na, weil zur Eröffnung kriegen doch alle im Kostüm 40% Rabatt, ne? Und ich hab halt kein Kostüm. Deshalb brauch ich dich. Ein echtes Angebot. Ne? Finde ich auch. Und außerdem kriegen ihr noch die ersten 200 Käufer eine Überraschungstüte im Wert von 50 Euro. Der heile Wahnwitz. Ja, sehe ich auch so. Also dann, kennen wir? Ich glaube nicht, Sir. Ach komm, warum denn nicht? Ich bin nur ein schlichter Droide und verstehe nicht viel von solchen Sachen. Na, mach doch nichts. Du musst doch nur mit mir zum Aquilplaza kommen, ne? Mehr verlange ich ja gar nicht. Einfach mit mir da sein. Ich werde dir nicht helfen. Verdammt, 3PO. Ich hab mich echt auf dich verlassen. Ich verstehe es, Sir. Na also, kommst du mit? Oder was? Nicht in so einer Umgebung. Wie trostlos hier. Zum Davonlaufen. Ich weiß nicht einmal, auf welchem Stern ich mich überhaupt befinde. Das ist Nordrhein-Westfalen, Alter! Oh, also da gehe ich nicht mit. Da liegen mir zu viele Steine. Ein für allemal. Da mache ich dich mit. Bitte. Wart ihr mich nicht brauchen, Sir? Du bist doch Dolmetscher. Beim Elbenwald gibt es ja auch Elbe-Sporter-Bücher. Na? Das wird mir noch leid tun. Das wird mir geschah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017